so freund und damit willkommen zur nächsten runde vor wir spielen natürlich jeder den herrschaftsmodus und das ganze mit dem mediator momentan einfach der charakter mit dem liebsten spieler sein movement ist einfach göttlich so und wie gewohnt natürlich versuchen erst mit ihr einzunehmen weg da aus der weg ja junge ich helfe dir ist kein ding und so so da haben wir den ersten nehmen wir auch noch schnell mit und da hinten habe ich doch noch einen helden gesehen da ist er bleibt stehen junge ich habe gedacht er rutscht runter oder so tja das sieht doch mal wunderbar ja die alte sau soll ich mal richtig quälen und gehen wir ein bisschen rutschen richtiger vergnügungspark da kommt wieder einer was mache ich denn gerade hier habe ich nicht da hin geblockt naja was soll's so gleich wieder rein und jetzt kann ich in tradition oder kann ich ein wiederbeleben warte junge ich helfe dir weil ich so freundlich bin ich versuche jetzt erstmal die mitte wieder einzunehmen hier wenn wir ein paar punkte bekommen so genau räum mir einmal mit deiner mistfocke auf aus dem weg alter was das denn da 4 gegen 1 lass sie uns helfen ich brauche hier nicht alleine stehen leute ich brauche hilfe auf ihn drauf man ich habe gerade rache gezündet jetzt laufen alle weg ich stehe hier junge aber ist okay schenk mir den kill die anderen bots neben überhand das geht gar nicht ich denke einmal hier durch sind doch gut abführen bis jetzt jedenfalls noch das ist natürlich wieder schlacher die ändern hast rein nehmen wir schnell ein und weiter geht's da ist ein held den hier auseinander ach shit der hat uns auseinander genommen aber ich würde trotzdem sagen läuft 4 2 ja ist nichts besonderes aber passt schon das ist schlecht das ist schlecht jetzt haben wir schon wieder fast einen ausgleich hier boah dieser samurai der geht mir richtig auf den senkel da kam noch einer da ist ja wieder mein erzfeind nein doch noch nicht da kam die alte sau von hinten also es läuft gerade gar nicht bei mir irgendwie bin ich richtig scheiße richtig hart scheiße jetzt pack ich mir aber du hast gar nichts mehr komm her man geht doch rache ja ja ich brauche Hilfe ja jetzt drehen wir einen Spieß um super geil okay wir brauchen unbedingt die mitte haben wir nicht tausend punkte und dann ist schon mal mein freund und den aber gleich exekutiert er kommt nicht so schnell wieder keine ahnung ich habe die einfach wollten was das denn du hast daneben gestochen ich laufe hinter dir her haben wir ging jetzt zum schluss ein bisschen schnell aber trotzdem spaß gemacht auch wenn ich meine beste runde war aber ist okay das team war nice ich hoffe natürlich trotzdem dass es auch euch gefallen hat und würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal